Schnappe, futze, ure, regest du raus, denn du glaubst, dass du noch mal baum hängst, vor deinem Fenster, mit Zunge raus, mit Schwanz raus, wir machen dich fertig, regest du mal raus. Weißt du, was sie denken, wenn sie dich ansehen, dass du krank bist, sehr krank, dass du eingesperrt gehörst, ganz weit weg von normalen Menschen. Sie glauben, du bist so hässlich, dass es eine Zumutung ist, also hey, warum nimmst du dich in den Wortlich-Sorgen und schüttest ihn dir ins Gesicht? Er hasst dich, sie hasst dich. Mir fehlt der Verstand, mir fehlt der Mut, mir fehlt das ganz. Ich verstehe nichts, was geht hier, was ist was? Da ist jemand. Ist sie das? Ja. Sie sieht so anders aus. Dorothy. Darf ich auch mal an dir zu? Was? Wieso? Wieso? Ich will gucken, ob du auch echt bist. Vielleicht bist du ja ein Fake und ich verschwinde meine Zeichen. Klar bin ich echt. Finger weg. Was hören Sie? Stimmen. Sprechen Sie nur zu Ihnen. Ja. Warum hören Sie Sie? Immer. Ich werde mich zu einem Helden machen, jetzt, wo du tot bist. Einfach, weil es so für mich stimmt. Ich werde sterben. Ich werde sterben, mit dem Gedanken, alles erlebt zu haben, was es zu erlaubt. Ich empfinde kein Weltwettungsaufgaben. Das kann ich euch nicht verlaufen. Ich bin damit geschadet, jeden Tag den Gott werden, erst meine eigene Welt zu retten. Oder. Und da, so wie ich fern, so wie niemand war, war all den Mücken. Ich bin damit. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.